Da sind wir vielleicht nicht unbedingt dran. Ich will erst den Stromkasten ausmachen. Hm. Das könnte tödlich enden, wenn wir da hochholen. Da den Elektrozaun reinmachen, angehen. Das ist mir vielleicht nicht zu klüg. Hm. Können wir uns auf die Klopapierrolle stellen? Irgendwie nicht. Vielleicht können wir die Klopapierrolle zwischen die Gitter stellen, um das zu isolieren. Es scheint mir auf jeden Fall unklug, da einfach so dran zu gehen. Es ist mir ein bisschen... Ah. Ja, Deathcounter 6. Da zittert es am Boden. Hier im Bad wieder aufgewacht. Im ersten Stream hier schon 6 Tode. Katastrophal. Sag nicht, wir müssen durchs Klo hindurch. Das wäre ja wirklich schlimm. Hier die Kiste mal voranschieben. Auf jeden Fall müssen wir da hoch. Sieht zumindest so danach aus. So, ob wir da hoch müssten. Nutzte zum Umschauen. Verhältnisse zum Umschauen. Ja. Ich habe nicht rumgeschaut. Hm. Da ist hoch. Müssen wir hier ins... ...ins Kloset rein. Das wäre ja widerlich. Ich glaube nicht. An der Wand hoch. Hm. Dann müssen wir zum Stromkasten. An den Stromkasten könnten wir ran. Vielleicht. Hm. Tja. Ja, meine Idee wäre hier mit dem... ...Clubhub hier auf das Clubhub hier drauf. Aber ich glaube, das kann man sich nicht so einfach draufstellen. Hm. Klodeckel aufmachen. Okay, durch das Gitter können wir nicht durch. Hm. Vielleicht machen wir mal die Tür zu. Falls wir das können. Vielleicht decken wir da ja Sachen. Wie zum Beispiel einen Hebel. Wir müssen die Kiste jetzt hier bewegen. Sieht doch nach der Lösung des Problems aus. Müssen wir hier in keine Kloschüsseln reinspringen. Und lediglich hier den Hebel betätigen. Ich wünschte manchmal könnte man die Kamera hier schwenken. Perspektive so ein bisschen wechseln. Los, hier rauf. Und hüpfen. Strom aus. Oh. Zeit läuft. Durch da. Okay. Eine Art Spielzimmer. Okay. Ich habe da eine Eisenbahn gelohnt. Kann das. Hier haben wir einen Ball. Hübsch. So. Können wir vielleicht hier irgendwie hochklettern. Auf der Wippe. Das ist ein Schaukeln. Das ist eine Wippe. Es braucht ein bisschen Schicklichkeit. Na. Puppe mit einer Gasmaske auf. Das ist hier mal so ein bisschen schräg laufen. Das ist hier die Sache. Aha. Und jetzt hier schräg wieder hoch. ins Regal. Was machen wir hier durch? Aha. Aber was sollen wir hier? Na toll. Dann machen wir hier aber jetzt wieder den Hebel runter. Jut. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Wir haben nur eine bestimmte Zeit. Geht der Strom wieder an. Okay. Wir haben hier eine Eisenbahn. Ah, okay. Da drüben ist auch Strom. Aha. Verstehe. Deshalb müssen wir da rüber. Hatte jemand ein Kinderzimmer mit Strom? Ist ja. Ist ja eine Sache. Hatte jemand ein Kinderzimmer mit Stromgittern versehen? Was für eine kranke Familie hier. Was für eine kranke Familie muss das sein? Dass das Kinderzimmer mit Stromgittern beschützt ist. Die Ängste heutzutage, die man so hat. Und da. Vielleicht können wir hier noch hoch. Jo. Puh. Nicht hier mal hoch. Nicht runter. Hoch. Durch das Fenster löst. Kriechen. Nein. Nicht zurück. Wippe. Ja. Muss man seine Finger hier ab und zu mal ein bisschen verringen. Ich bin hier schräg auf der Sache lang zu hüpfen. Mach das Licht aus. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ach, was machst du denn? Und vorsichtig. Ja. Hops. Nicht hier mal hoch. Hier durch. Ach, nö. Ich hab's doch schon mal geschafft. Muss man nicht. Komm, bitte. Ja, ja. Ich weiß, ihr könnt das alle besser. Ich könnt das alle zehnmal besser als ich. Hätte das schon nichts geschafft. Glaub ich euch sogar. Bei dem Rätsel. Stell mich, ich stell mich doch manchmal blöd an. Ja. Verzeiht es mir. Ja. Ja. Irgendwann. Na komm. Komm, Kleines. Das schaffst du. Ganz vorsichtig und langsam. Ganz vorsichtig und langsam. Die sind ein bisschen schneller und... Stunden später. So. So ein bisschen schräg muss man da laufen. Hopps. Und hopps. Hoch hier. Nicht aus der Schublade raus. Hoch. Und greifen. Ach. Ich bin noch hier nicht. Na komm. Das ist doch hier jetzt nicht. Sonst da was. Das ist doch hier nicht Super Mario. Super Mario würde ich es verstehen. Da habe ich wirklich nur... Jump at once. Ich nicht meine Stärke. Na komm. Na komm. Na komm. Kleines. Hier und hier und hier und hier und hier. Oh. Das ist Maria. Das ist doch sehr viel. Oh. Stell dich nicht so an, Zweig. Und hopps. So gut. Wir haben es schon 19 Uhr. Ich glaube, ich mache hier mal gerade zu Ende. Wir müssen... Wir haben es schon 19 Uhr. Die Zeit vergeht hier so schnell. Sind wir wohl ein bisschen weiter gekommen hier heute. Schon im ersten Port. Im Kinderzimmer gelandet. Ich glaube, ich probiere das hier aufs Kühn noch ein bisschen weiter. Sehen wir uns im nächsten Part in der Toilette wieder. Ich glaube, so machen wir es. Ich sage schon mal, Dömmchen nach oben. Sonst euch gefallen. Na ab und lasst. Na ab und ab und neu seid. Und wir sehen uns am nächsten Stream wieder. Wahrscheinlich schon am Wochenende. Am Sonntag. Vermute ich mal. Och, ich kann doch uns ja mal ein bisschen gerade ausspringen. Na dann. Man sieht sich. Haut da hin. Bis dann und ciao. Ja, bis dann und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020